Lecker duftet mir der Kaffee vom Herd herab entgegen. Ich nehme sein Angebot an. Nehme sein Angebot an. Ich trinke meinen Kaffee übrigens aus einer Tasse von der Künstlerin Jacqueline Muth. Nur echt mit der Schraube. Und wie ich zu dieser Tasse gekommen bin, das möchte ich dir erzählen in meiner neuen Show Wunderbares für Wahres hier auf diesem Kanal. Denn ich habe mir diese Tasse nicht gekauft und auch nicht geklaut. Und ich habe sie auch eigentlich nicht nur geschenkt bekommen. Aber wie das geklappt hat, das möchte ich dir erzählen. Bei meiner neuen Show Wunderbares für Wahres hier auf dem Kanal. Vielleicht nimmst du das Angebot an. Institut für gute Laune. Wir forschen für ihre gute Laune. Wir forschen mich irgendwann mal nach. кой教. Bei mir. Bis zum nächsten Paus. Mein, we 듣 Finally.